Was geht ab euch, Freunde? Der Terrafox hier gesendet von der Herde. Herzlich willkommen zum neuen Sonic-Fangame. Diesmal spielen wir Sonic-Fangame. Sonic Jam Game Com Remake. Ist das ein Remake von Sonic Jam? Passt irgendwie gar nicht. Die Musik ist nicht schlecht, aber Sonic Jam war ja eine für die Sega Saturn, so ein Collaboration, so ein Collab-irgendwas. Und äh... Ah, es hat keinen Controller-Support, ooooh. Na ja. Okay, Game Start. A, S, E, Space. Da fängt ja gut an, ey. Ooooooh. So geile Tastatur auf der Tastatur, wenn nichts passiert. Ich start's nochmal neu. Also, Sonic Jam Gamer. Ein Spiel von Ugi Askiku. Und äh... Game Start. Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen hier. Overview. Developer. Everyone who made the Hedge Fusion Engine. To make the game in a 60-bit art style. So steht das hier. Und ich hab keine Ahnung, was ich jetzt drücken soll. Das ist ja sehr spannend. Also, das ist ja... Das ist unglaublich. Start, XP, Controller funktioniert auch nicht. Ich hab schon wieder den mittleren Knopf gedrückt, deswegen start's Steam. Und ähm... Ja, auf Vollbild hat es wenigstens... Ey, diese Fan Games, bei denen man nicht weiß, wie man sie startet. Außer es ist mir schon häufig vorgekommen. Ich weiß nicht, wie kann man sowas hineinprogrammieren? Game Start. Da steht ja keine Taste dabei oder was man drücken muss. Was ist das jetzt hier? Hab ich ja noch nie gesehen. Hallo? Hä? Was geht mit dem Xbox-Controller? Wusste ich gar nicht. Ich glaub, wir sind jetzt überhaupt erst gestartet. Ich glaub, wir sind gestartet hier. Ich hab ja bitte... Ich hab mit dem Xbox-Controller eine virtualen Zitatung gestartet. Ich hab keine Ahnung, wie man das startet sieht. Ich hab da irgendwie was gedrückt. Ich hab jetzt noch vier... Nee. Hä? Aber der hat sich wieder was Neues für ein Spiel. Aber ich krieg's nicht erstartet. Alter! Ich drück jede Taste auf die Tastatur. Bis auf die Windows-Taste drück ich jetzt auch mal. Funktioniert trotzdem nicht. Alter! Windows-Taste. Was kommt denn eigentlich? Kommt nix. Okay. F1, F2, F3... Das passiert. Hör irgendwie Musik zweimal. Okay. Nochmal. Das passiert hier irgendwas, wie man startet. Und Stable & Rush. Und Stable & Rush. Schwarze Poil & Verliebungs-Haufsitzung. Die haben jetzt Probleme mit der Kollision und so weiter, aber ich weiß gar nicht, wie man das Ding startet. Startet mal das Spiel. Die haben jetzt mal ein Spiel. Das ist ein Auto-Startus-Game. Ich schreib mich jetzt hier. Auto-Startus-Game. Was kommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du kommentiert? Ich hab keine Ahnung, wie man startet? F3. F2. Die Musik spinnt. Okay, aber versuche ich es noch, ansonsten lade ich es einfach so hoch. Ich drücke Enter, ich drücke AS, WI, O, P, U, Z, T, R, Q, I, B, F, G, H, J, N, M, U, F, E, C, X, Y, Z und ich D-Taste. Doch es startet trotzdem nicht. Steuerung macht auch nichts. Die Falltasten auch nicht, das Enter und du-du-du-du-du-du-du. Aaaaaaah. Also ZR2024 hat wieder mal Spieleauflage, das ist unglaublich. Erfüllen, Web 6. Dann muss man gedrückt halten. Ich drücke jetzt mal die Tasten gedrückt. Game Start. Von der Maus kann ich auch nichts machen. Boah! Ich drücke den Mund an Block. Passiert auch nichts. Druck einfügen. Ah, dann noch mal ein Screenshot, ne? Okay, eine Minute noch. Aber dann... Die volle Minute wartet noch ab, aber was... Ey, das ist doch wohl ein Witz, ey. Wieso, wie kann man das Spiel starten? Ich kann das Spiel nicht starten! Wieso machen wir einen Controller nochmal? Start! Einiges Kirchen! Oder ist das hier wieder mit der Maus? Auf die letzte Hoffnung, dass die Maus wieder... Äh... Dass die Maus wieder hier das Controller überschreibt. Deswegen funktioniert der Controller nicht. Die Musik hört da auf. Ah, jetzt fängt es wieder von vorne an, ey! Alter, okay. So, mit dem Maus... ...pad... ...Sonic Jam Remake starten. Letzter Versuch. So, das ist immer noch eine Funktionierung, was ihr auch nicht recht habt. Ja! Okay, ich spieß meine Maus wieder an. Das war der Letzte, was in der Hand gefallen ist. Ich hab keine Ahnung, wie man das Spiel startet, Leute. So, haben wir in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wie man das Spiel startet. Ich hab keine Ahnung, was man machen muss. Ich glaub, das reicht jetzt auch. Wir sind jetzt schon über 6,5 Minuten dabei, das Spiel zum Laufen zu bringen. Aber außer die Musik verändern, habe ich hier keinen Knopf gefunden, wie man das Spiel startet. Halla! Wer hat das entwickelt? Uge Askiku. Yesterday. Last Update gestern. Und klar, wie viele Bugs ist das Spiel. Aber ich hab's nicht mal zum Starten bekommen! Ich hab alle Tasten gedrückt durch meine Tastatur! Ich hab keine Tasten mehr, es sind alle! Okay, das reicht erst mal. Das war Sonic Jam. Gamecom Remake. Ich fand kein schlechtes Spiel zu sein, aber ich bekomm's nicht gestartet. Und euch vielen Dank für zu sehen. Bleibt gesund wie immer. Daumen hoch für euch. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Spiel starten konntet. Und wie ihr es hingekriegt habt. Und woran weiß ich wirklich nichts weiter. Das heißt, danke fürs Anschauen. Daumen hoch für euch. Ich hoffe, es enttäuschend ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschau.